Süße Neuigkeiten von Charlotte Montgomery Ende vergangenen Jahres verkündete die britische Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in der Erfolgsserie This Is Us bekannt ist, die Meganews, sie und ihr Freund Joe Fox erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Nachdem sie ihre Fans im Netz erst regelmäßig mit Schwangerschafts-Updates versorgt hatte, wurde es Ende Februar ungewöhnliche Still auf ihren Kanälen. Und das aus gutem Grund, Charlotte brachte ihr Kind zur Welt, via Instagram präsentierte die 33-Jährige nun stolz ihren Nachwuchs, ein kleines Mädchen. Darf ich vorstellen, Sunday Juno Fox geboren am 1. März 2019, betitelte Jeanette ein zauberhaftes Foto von ihrem Töchterchen, auf dem die Kleine eine rosa Schleife im Haar trägt. Auch die Geschichte von der turbulenten Geburt wollte die Britin ihren Followern nicht vorenthalten, Sunday musste nach 22-stündigem Wem per Not-Kaiser-Schnitt geholt werden, meine unglaublichen Ärzte bemerkten. Dass unser wunderschönes Baby in Not war und ich eine Infektion im Uterus hatte, berichtete Jeanette unter einem weiteren Foto von sich und ihrer Prinzessin. Sie seien beide schwer krank gewesen, deswegen hätten die Ärzte entschieden, ihr Kind operativ zu holen. War alles ging gut, klärte sie anschließend auf und bedankte sich überschwänglich beim gesamten Krankenhauspersonal. Instagram Einfach E-Mail an Einfach E-Mail an